Frau Adler, wenn wir mal die unhöfliche Art beiseite lassen, wie John McCain es formuliert hat, Lindsey Graham, sein politischer Freund, hat es etwas höflicher getan, aber in jedem Falle haben beide gesagt, Sie, Frau Merkel, Ihr, der Westen, Ihr macht einen Riesenfehler, wenn Ihr weiterhin den ergebnislosen, erfolglosen Kurs beibehaltet, den Ihr versucht habt in den letzten zwölf Jahren. Was ist da dran? Es ist dran, dass ein Land im Stich gelassen wird, das sich ganz klar der Europäischen Union zugewendet hat, das dazu ermuntert worden ist, dem auch Unterstützung zugesagt worden ist, das sehr viel in Vorleistung schon erbracht hat. Die Ukraine muss jetzt das Gefühl haben, dass es möglicherweise von Deutschland jedenfalls, vielleicht auch von Europa im Stich gelassen wird. Auf der anderen Seite ist, wenn ich die Reaktionen auf diese Absage von Angela Merkel in Kiew in Erinnerung rufe, habe ich in den letzten Tagen überhaupt nichts an Kritik gehört, an Enttäuschung gehört, sondern man nimmt die deutsche Position in Kiew hin, man nimmt sie zur Kenntnis, man kritisiert sie nicht. Denn jeder weiß natürlich, wie riesengroß die Gefahr ist, dass wenn Waffenlieferungen kommen, dass es zu einer Eskalation führt. Es gibt die andere Lesart, die unter anderem der georgische Präsident, ehemalige Präsident Saakashvili vertritt, der selbst erlebt hat, den russischen Einmarsch, den Konflikt in Süd-Ossetien, der von der internationalen Gemeinschaft für verrückt erklärt worden ist, dass er der russischen Armee Widerstand leistet und der mit dieser Strategie aber Erfolg hatte. Das heißt, Saakashvili und die Vertreter, die meinen, Waffenlieferungen könnten zur Deeskalation beitragen, könnten Recht behalten, das wissen wir nicht. Es könnte tatsächlich sein, dass diese Deeskalation kommen könnte, weil der Blutzoll für die russische Seite zu groß werden würde. Das ist eine sehr optimistische Annahme. Die andere Annahme, die mindestens, zumindest in der Bundesregierung ja offenbar stärker vertreten wird, ist, dass das Ganze zu einer Eskalation führt, dass die Gefahr riesengroß ist, dass Europa in einen Krieg gezogen wird, der eben nicht mehr nur die Ukraine betrifft, sondern Europa, also jetzt mal ich ganz, ganz, ganz schwarz, schlimmstenfalls sogar einen Atomkrieg erleben lässt. Das kann man nicht ausschließen. Diese Drohungen werden in russischer Seite ja durchaus, von russischer Seite durchaus immer mal wieder komportiert. Dass man diese Gefahr von deutscher Seite sofort und grundlegend ausschließen möchte, dafür, finde ich, spricht auch wirklich viel. Denn diese Gefahr ist einfach viel zu groß. Und ich fand einen ganz, ganz wichtigen Hinweis von Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz vielleicht als Begründung dafür, warum sie so hart ist und auch so grundsätzlich in dieser Ablehnung. Das ist ihr Erlebnis des Mauerbaus, auf den man nicht reagiert hat 1961 mit Krieg von Seiten der amerikanischen, damals Alliierten, sondern man hat das hingenommen und es folgt, wie wir wissen, eine über 40-jährige Gefangenschaft, möchte ich mal sagen, Unfreiheit in der DDR. Sie findet das offenbar eher hinnehmbar, dann in Unfreiheit zu leben, als es auf einen Krieg ankommt zu lassen. Und das muss man zur Kenntnis nehmen.